Gehen wir nun weiter zur Berechnung der Eigenkapitalquote und der Fremdkapitalquote. Wenn Sie wieder zuerst einmal selbst probieren möchten, dann einfach hier wieder auf Pause drücken. Gehen wir weiter zur Auflösung. Starten wir mit der Eigenkapitalquote. Die Eigenkapitalquote wird berechnet, indem das Eigenkapital durch das Gesamtkapital dividiert und mit 100 multipliziert wird. Eigenkapital haben wir hier 410 und eine Bilanzsumme, also Gesamtkapital haben wir 1004. Wenn wir dann 410 durch 1004 mal 100 rechnen, so kommen wir auf eine Eigenkapitalquote von 40,8%. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.